Hochzeitstanzkurs in Limburg. Hier geht es um Ihren Hochzeitstanz, also darum, dass Sie Ihren Hochzeitstanz tanzen lernen über einen eigenen Privattanzlehrer, der Sie tänzerisch begleitet und dafür sorgt, dass Sie Ihren Hochzeitstanz auch beherrschen. Wunderschönen guten Tag Ihnen, seien Sie gegrüßt. Gegrüßt von mir, den Sean, Sean Jerome McCray. Und ich sage es den Menschen immer wieder und ich sage es gerne auch Ihnen, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen lernen. Hier geht es also um Ihren Hochzeitstanz. Wenn Sie sich vorstellen können, von mir, dem ADTV, IHK, World, Dance, Concil, Gütesiegel, ausgebildeten Privattanzlehrer, Ihren Hochzeitstanz zusammenstellen zu lassen, wenn das für Sie interessant ist und für Sie eine Lösung sein kann, dann der Vorschlag, lassen Sie uns für Ihren Hochzeitstanz in Kontakt kommen über das Kontaktformular oder die Nummer 0176 840 44 661.